Hallo zusammen, ich stehe hier vor einem Bayer, Bahnhofstrasse Zürich und komme darauf, weil man sich in der Stadt von der Beatrice Traubhaare Scherischnitt gesehen hat. Ihr wisst schon die ganz kleinen, mit diesen fein gedeiligen, traditionellen Figuren. Scherischnitt, Bahnhofstrasse Bayer. Auf jeden Fall hat sie uns kontaktiert, ob man nicht schnell ohne grossen Aufwand mit dem Handy ein Foto von diesen Schaufenstern machen kann. Kein Problem, liegt für uns am Weg. Und siehe da, wir waren fast eine Stunde. Lass euch überraschen.